Lalalala Okay, wir sind wieder im Sengarten jedenfalls und wir haben ja eine neue Pflanze bekommen gehabt, also und die würde ich jetzt gleich mal sehen, wie die so aussieht. Mal sehen, was ist hier? Nix, okay. Und was ist es? Also müssen wir erst noch kurz warten, bis wir sie gedüngt haben. Ja, hier hat der Sengarten, das ist schon cool. So. Ungeziehverspray. Okay. Bekomme ich schon jetzt aber bitte mal dann. Okay. Lol. Ne, wahl. Hä? Ich dachte, es wäre wieder so eine Blume. Ich muss jetzt Dünger kaufen. Lol, wieso ist es so? Okay, ich frage einfach nicht. Cool. Ich finde es cool. Ich habe einfach nichts dagegen. Also, es regnet Pflanze. Ähm, zum Botanik. Ich mache aber trotzdem erst diese. Oh Gott, was denn das ist jetzt? WTF. Hä? Was? Ähm, okay. Das ist jetzt wie eine normale Runde. Gerade irgendwie ein bisschen. Anscheinend. Ähm, keiner Pult noch. Das ist doch vielleicht. Das ist doch. Ich weiß nicht. Ich mache einfach mal. Ich kenne das ja noch nicht so richtig. Aber wir müssen wieder wie normal. Da hat sich nichts dran verändert. Und hier fallen auch wieder Sonnen vom Himmel. Mann, ich hätte eigentlich noch was anderes rein tun wollen, weil ich jetzt eine neue Taktik gefunden hätte eigentlich. Aber egal. Hä? Was? Das ist ja seltsam. Das ist ja mal richtig seltsam. Okay. Das ist voll der Battle. Oh, badly. So, jetzt schießt ihr gegen das. Vor allem, die können essen und schießen. Alter, wie unfair. Das geht ja. Das geht ja alles kalte einfach so vorbei jetzt. Mann, das ist ja dumm, wenn die so schießen eigentlich. Finde ich. Mag ich gar nicht. Das ist seltsam. Ich weiß ja nicht, wie stark die das schießen. Ist das dann gleich oder wie? Wenn's gleich ist, ist das ja richtig scheiße. Ja, genau. Schießt doch noch mehr. Ich komme schon gar nicht mehr nach. Boah, ey. Du bist doch nicht meine Mutter, ey. Du. Oder der, der gleich kommt. Den wir selbst designt haben. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht können wir denen auch noch so einen Namen geben. Wenn ihr da irgendwas passendes hättet, dann... Sagt mal. Jetzt. In die Kommentare. Genau jetzt. Wenn ihr an diesem Zeitpunkt seid. Jetzt. Jetzt. Okay. Ne, müsst ihr nicht. Könnt ihr. Hat ja auch nicht jeder an YouTube genommen. Und Alter, das ist grad... Ich glaub, das ist schwierig. Grad ein bisschen... Oh Gott. Das ist grad seltsam, aber auch schwierig irgendwie. Das macht's nicht grad leicht. Das ist irgendwie seltsam. Macht mir Angst. Ich hab das Gefühl, ich halt da gar nicht lange durch. Vor allem wenn dann... Ne, aber ich glaub, so lange geht das gar nicht. Wenn er da diese Riesenteile käme, so mit so einer Riesenkanone... Ich glaub, das wär richtig OP. Sollen sie einfach mal die Sonne... Oh Gott. Zum Glück kommen da nicht so viele. Aber ich kann... Ich hab hier kaum ne Chance, was aufzubauen. Das ist ja das Schwierige dran. Man hat wirklich kaum ne Chance, sich selbst jetzt aufzubauen, weil die einfach alles wegschießen. Die schießen einfach. Einfach so. Das mag ich gar nicht grad so. Ich find's auch irgendwie... Weiß nicht. Ist nicht so meins. Kann man sagen. Werde ich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so oft spielen, weil es mir einfach nicht so gefällt. Sorry. Nee. Nicht so meins. Doppelding da mit Kürbis und Nuss und... Mega-Verteidigung. Und... Ach man, jetzt kommt der eine gar nicht. Ist ja schade. Kann man ja beide auf einmal wegmachen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Heute ist echt der Tag der Störung. Echt ey. Okay. Machen wir mal weiter. Ich muss echt aufnehmen, wenn keiner da ist. Wäre sinnvoller. Die hier halten übel lange durch. Nicht so der Hit. Kann man sagen. Oh Gott, die haben sich durchgefressen. Sonnenblumen sind dann auch so ein bisschen Verteidigung, weil die ja abprallen und nichts zu denen hier ging. Das ist ja einfach, wenn man da so normale Sonnenblumen hin plantet. Das ist auch schon Verteidigung. Eigentlich. Halten zwar jetzt auch nicht ewig aus, aber egal. Kurz geht schon. Hier noch so ein und dann... Kommt ein zwei. Hier sind zwei. Habe ich nur zur Verteidigung, weil die einfach schon verloren. Genau jetzt bekommt ihr einfach erst so ein Teil drauf. Wie behindert ist das denn? Also die Zombies lassen sich aber immer wieder was Neues einfallen. Mann, das dauert ja lange. Das dauert mir zu lange. Das ist zwar wie die anderen, aber trotzdem dauert es lange. Wie die normalen halt, aber das gefällt mir halt nicht und deswegen kommt es mir noch länger vor. Was ja eigentlich eh schon ist. Hat zwar auch was, aber nicht so meins eben. Wie gesagt. Oh Gott. Da kommt... Okay, dann machen wir was so. Dann ist es weg. Zwei Münzen. 3000 haben wir. Cool. So, neun Minuten habe ich hier. Okay. Ja, doch. Reicht. Dann können wir noch kurz in den Zen-Garten nochmal schauen. Wie es da so aussieht. Und, ähm, noch mal eins. Also man sch... Okay. Be-yield. Oder so. Bekommt man da ganz viele Dias? Ja, wenn ja, dann cool. Es regnet Pflanzen. Ja, das machen wir alles nächstes Mal. Zen-Garten. Nix. Keine... Ja, verkauft, verkauft. Auch nichts Neues mehr. Eine Kürze. 20 Tage. Ne, kann man nix kaufen. Okay, dann eben nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschau.